Hallihallo! Wenn du dir gerade meinen Film über die bosnischen Pyramiden angesehen hast, habe ich jetzt was ganz besonderes für dich. Ich habe vor kurzem meine Pyramidenklangreise fertiggestellt. Was ist die Pyramidenklangreise? Es ist ein Musikstück und geführte Meditation in einem. Das heißt, ich habe ein 16-minütiges Stück komponiert, das dich Schritt für Schritt von einer Kammer zur nächsten führt und in jeder der bosnischen Kammern erfährst du eine andere Energie. Die erste Energie, das ist die Kammer des eiförmigen Monolithen. Dort geht es um das Urvertrauen. Wie du das in dem Film gesehen hast, dieser Megalith schaut aus wie ein Ei und für mich in meiner persönlichen Wahrnehmung ist das der Ort der Geburt und des Friedensschließens mit unserer eigenen Herkunft. Und so reisen wir in dieser Kammer hinein zurück in den Mama Bauch und fühlen uns wieder vollkommen geborgen und eins mit allem was ist. Dann geht es hinaus von dieser Kammer und auch hinaus aus dem Mama Bauch in die zweite Kammer. Und in der zweiten Kammer, dort geht es um den Atem, in der zweiten Kammer, hast du gesehen im Film, da gibt es zwei Megalithen, die am Boden sind und die so ausschauen wie Lungenflügel. Und für mich war klar, in dieser Kammer geht es um unsere Atmung. Und hier verbinden wir uns mit unserem Atem und steigern die Körperenergie. Dann, in der dritten Kammer, dann wird es ganz spannend. Das ist die Kammer des Megalithen K2. Das ist der größte Megalith, der gefunden wurde. Und dieser Megalith hat eine mega starke Energie. Und diese Energie ermöglicht uns in tiefe Meditation zu kommen, in einen Bewusstseinszustand voller Verbundenheit, vollkommen eins mit allem was ist. Hier lassen wir vollkommen los und lassen uns tragen in den wundervollen Melodien, die ich komponiert habe. Und in der letzten Kammer dürfen wir diese Energie, die wir erhalten haben in der vorigen Kammer, für unsere eigene Selbstheilung nutzen. Das heißt, wenn du irgendetwas in deinem Körper hast, was geheilt werden muss, dann kannst du es dort in der vierten Kammer tun. Und zwar die Energie, die du dir bekommen hast, die kannst du dort hinleiten in deinem Körper, wo es Heilung bedarf. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk nicht von mir, nein, es ist ein Geschenk von der Schöpferquelle persönlich. Und diese Klangreise gibt es auf meiner Homepage alexdolphin.com, jetzt ganz neu. Und würde mich sehr freuen, wenn du sie ausprobierst und abschwebst in wundervolle Klangwelten und höhere Dimensionen. Dein Alex Dolphin aus Bisslburg. 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 Dein Alex Dolphin aus Bisslburg.